Oh wir sind wieder zurück! Mit Resident Evil 6 und übelst geilen Rätsel. Ja. Hebel, Hebel, Hubbel, Hebel. Ja. Du kannst mir im Prinzip dann immer beim Hubbeln helfen, ja. Verkäuft's. Ich bin eine Hubbel-Vorlage, ja. Ein Doktor aus. Ne, ist das ein Patient? Okay. Ja. Ja, ne. Ich muss da laden immer weg. Schade. Schlechtes Timing. Geht der noch? Ne, sieht nicht so aus. Achso, jetzt steht erstmal jeder wieder auf hier. Dann will mir hier ein Sleder. Haube da raus. Haube da raus. Haube, Mann. Schrei! Aha. Hm. So, der bestimmt auch nochmal. Hallo. Guten Tag. Oh, oder so. Komm, der noch runtergeflogen. Hinter uns. Oh, oh. Oh, oh. Bäm. Ich muss noch Kontrolle, ja. Komm noch einer. Dann Feuerlöscher. Ne, das ist heiß. Oh. Okay. Ich hab mich mal selbst gefasst. Immer in den Bauch reintreten. Ach, wir müssen wieder rennen, kann das sein? Ich wollte ja nicht noch ein bisschen abunnen. Ich hab' ja nicht noch ein bisschen abunnen. Ich hab' ja nicht. Ich hab' ja nicht. Dann komm' einfach her. Ich muss mal schnell einen kaputt machen, ja. Na, schau' mal. Oh, es kommt da links. Na ja, das nimmt kein Ende, ja. Zack. Rein in die Babyklappe. Da würde ich ehrlich gesagt nie reinspringen, glaube ich. Quickshots hab' ich grad ausprobiert. Geh' nicht. Noch? Ja, ja, ging. Aber leider war der, der am Boden lag, wichtiger als der, der vor mir stand. Der lag aber nicht näher am Boden. Ja. Zumindest ist das jetzt hier meine, meine, äh, subjektive Meinung. Ob das jetzt stimmt? Das ist schnell auch aus, hätte ich das schon grad gesehen. Boah, ist das dunkel. Jetzt sind wir die, deutsche Rebatoren. Mhm. Jetzt sind wir in Afrika. What I do, I don't. Ach, hier kann man sich ducken. Hast du jetzt Headless gemacht? Mhm. Da ist ein Token links. Mhm, mal nachladen. Ist doch schön. Jetzt hab ich echt wieder Muni knappheit, Gottplater. Mhm. Und wie schön hast du? Ich hab's gesehen. Oh. 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 Hm. Oh. 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 Haha. Oh. Oh. machen. Ich hab keine. Ich hab keine noch, aber ich kann die keine mehr geben. Glückwunsch. Gehen wir uns Bäder heilen? Komm mal ran. Ich glaube nicht. Warte. Ja mit dem First Aid Kit wahrscheinlich, aber da habe ich auch zwei. Das geht einfach nicht. Das ist niedrig auf Co-op ausgelegt. Du kannst diese komischen Pillen nie weitergeben und kannst sie nur sauber fressen. Du kannst das nur machen und wenn ich halbtot bin, wenn du hinkriegen kommst und mir helfen willst, kannst du mehrfach die Taste hacken. Dass du dir mehrere Pillen gibst. Du hast mich vorhin nur mit Aim-Health-Di-Tablet gehabt. Warte mal. Gehen wir ein Stück weg davon? Ah ok, danke. Mit Leertaste kann man übrigens die Aktion wieder abbrechen. Habe ich gerade mitgekriegt. Debra! Debra! Ja, nehme ich. Oh? Ok. Leakant. Wer, wer ist das? Herstand. Meine Schwester? Hm, deine Liebte vielleicht? Jetzt sind mir das alles angezogen. Können Sie mich hören? Nein. Ach, danke dir. Gehen wir ein Stück an. Wie ist die? Kurschmerzen hat sie. Da geht halt ab, nichts. Scheiße. Was ist hier los? Lass uns einfach rauskommen. Ich will dir nichts sagen. Ich habe die Freise und die Kamera. Okay. Hallo Ding. Du brauchst wieder so lange zum Laden. Warum? Jetzt habe ich die hier auf dem Buckel. Warte mal kurz. Warte, warte, warte. Ne, halt. Ich muss eine andere Waffe. Kann ich das auch? Ich kam. Oh, wir müssen runterrennen. Ja, aber ich habe keine Waffe. Ich habe die alte hier oben. Was? Ich kann, ich kann mit ihren Füßen hauen und sie ist cool. Echt? Ne. Zecker. Ne, ist dein Fuß. Die hat ja den Schlimmer an. Ja? Okay, gut. Somit bin ich ja beruhigt. Der ist ja noch. Hütt. Ist weggeflutscht. Hier ist noch was? Ne. Doch, eine Vase. Ich habe doch gesehen, wie die aus dem komischen Dings geboren wurde. Warum nehme ich die jetzt nicht? Geht es vor Ada? Nicht der Braun. Ich weiß es nicht. Hier kommt was? Sehen alle gleich aus. Kann ich schießen. Ich bin an der Wand. Ich kann nicht machen. Leon, help! Warum? Wir haben noch gekillt. Was soll ich denn noch machen? Hä? Ich darf das abnehmen. Der Ruf ist auf. Das ist Nico. Das ist Holz. Wollen wir den? Ja. So, geh du mal vor. Ja. Ich kann doch hier noch ein bisschen Scheiß einsehen. Ja. Wissen wir uns jetzt irgendwie ein bisschen beeilen? Oder? Nein, das ist es. Okay, gut. Der Container bestimmt von hinten. Da vorne? Boom! Wrestling! Diesen Wrestling Move finde ich cool. Ja. Das ist glaube ich die Stealth Attack bei mir. Oh, ich weiß was. Da vorne. Ist das in meinem Geschäft? Komm! Setz dich. Komm! 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 Leon! Helena! Where are you? Ich kann mich nicht auf deine Position. Oh! 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 What the hell is going on? Schau! Schau! Wir müssen lang hier lang. Das müssen wir mal wieder machen. Spacen! Das kann ich plötzlich alleine wegschieben? Ja. Du f***ing kidding me. Du musst dir jetzt zwei Mädels beeindrucken, weißt du? Dann bist du doppelt so stark. Okay. Das macht sogar Sinn, also. Du f***ing doch nicht. Okay. Ne? Doch. Ne Vase. Ne. Du musst weiter schieben. Ah ja. Okay. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Du belastest es mir. Unter mir! Das musst du selber machen. Das sind zwei Stück, oder? Okay. Ich komme. Boom! Ich bin jetzt rübergetreten. Ich höre noch was. Das war ich sicher bestimmt. Nee. Hm. Schiebe einfach mal weiter. Rechts aus der Treppe kommt hin. Ah, ist ein Spuggi! Aha. Okay. Dann ist es so. Dann ist eigentlich für mich mein Hub plötzlich da drin gewesen. Ich bin auf Hub gekommen. So. Jetzt stürzt bestimmt da wieder die obere Schicht hier ein. Ich gehe jetzt in die Unterwelt. Wo wollen wir hin? Oh crap. Das Alter. Jetzt kommst du noch zu irgendeinem komischen Bosskampf. Pass auf. Ich kann das mal. Du kannst dir vielleicht mal auf den Boden legen, die alte. Nein. Ach, nein. Loading. Wow. Was jetzt? Debra. Sag doch, das war hier so eine komische. Oh, nein. Nein, nein, nein. Das war echt auch nicht. Wow. Nein, Debra! Don't do it. Don't do it. Schmelze. Ach so, wären die geboren. Boah, die hat voll geschmengert. Zeugung im Aufzug. Okay, jetzt kommt die hier neu raus. Geh weg. Aber sie sieht doch genauso aus. Alter. Angriff doch. Menschen. Körper. Ne, wie hieß die? Der Körpermensch, ja. Oberkrisen. Ne, mach nie! Alter. Sag was? Das ist Ada. Ada hatte durch den Bogen. Ada! Ha! 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 Das ist immer kompliziert mit Frauen, Alter. Ja, genau. Relationstatus. Und es ist kompliziert. Ha! 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 Die haben auch alle... Negarmöppen. Die haben auch alle... Negarmöppen. Oh, Alter. Geh weg von der! Ha! 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 Stopp! Geh weg, bitte! Was? Mädchen? Defeaten... Ich muss... Ich muss... Ich muss... Ich bin dabei. Ich bin dabei. Die Juden fickt das mal voll in die rein, ja. Oh, oh, quick action. Ich muss jetzt schon kommen. Wir sind auf die trennten Seiten. Glückwunsch! Deborah! Wo bist du? Warum rufst du die immer noch? Ich mag dich nicht mehr. Du bist gerade absolut irrational. Ich bin eine Frau. Ja, deswegen... Das geht gerade nicht. Es ist einfach kein... Kein Arbeiten mit, ja. Hey da. Ja, komm. Okay, cool. Was denn das? Ein Ring? Du machst mir einen Antrag! Aber wirklich ein Ring. Schieß dir mal ein paar Zombies weg. Ja. Ja. Ich hab mal nichts zu tun hier. Hm. Naja. Ich bin auf dem Weg. Eile. Ich bin da. Das ist ein Hebel. Okay. Was macht der? Glückwunsch! Ach nee, das war am Weg, oder? Ja. Für mich zumindest. Ah, hier. Ich muss wieder Sprunghilfe machen. Für meine Trüller. Schwupps! Und hinterher. Nein! Schau auf, ihr zwei! Sie ist stark! Schau auf dich selbst! Schau auf dich selbst! Und sie rafft es immer noch nicht, dass irgendwas falsch ist. Hä? Oh, es gibt Zombies. Hm? Was war denn? Ich bin doch gar nicht. Ah, nach oben. Warte! Findet ihr Zombies? Warte! Kann grad nicht. Warum was macht denn? Warum ist denn eigentlich Ada in Nahkampf? Ich kann sie nicht angreifen. Ich kann das einfach nicht! Alter. Ich hab auch eh rein. Neben, Junge. Bam! Da haben wir uns gemacht. Ah, dammit! Ich hab die Kumpel ins Ende gesnickt. Wir sind fast mit TNT, ne? Wir müssen jetzt den Gewinn rollen. Ich bin tot, Junge. Ist nicht. Ey, die ist nicht tot. Schau mal, das was sie. Geht ihm. Irgendwie kann ich sie nicht so richtig fahren jetzt. Oh, noch eine Ebene tiefer. Ich mach das da unten hin, ne? Ich geh mal hier auch. Wasen kaputt machen. Ada! Helena! A little help here? Ha, ha, ha! The more things change, the more things change, the more things stay safe. Geil! Kassen! Kassen! Der war in 2.0. Die Kompi gemacht. Hehehe! Ah, super! Deswegen ein bisschen help hier. Ach so, ihr fahrt runter oder was? Ja. Hm. Oh, dann ist das so. Ich komm mit dem Hager ran. Schon gewetzt. Hä? Ah, crap! Fahm respect. Alter, was ist denn? ��ster. Ne, das ist... Ist egal. Ich krieg noch nen Drehbohr. Tschö, Motherfucker! Kann ich hier auch rüber springen? Runterspringen. Was machst du denn? Seuretyp. Okay. Schwups. Ich muss mir erstmal hier nen Weg durch den Irrkorben suchen. Mach die Lampe. Ah, ich brenne! Ich hab hier irgendwie... Dankeschön. Ah, was ist da? Drück doch immer im Kreis. Nimmst du mit rein? Ja, klar. Schwups! Oh, entschuldige. Ich bin genau ins Gesicht gesprungen. Was denn jetzt? Ich hab doch gedrückt Schiff. Du hast immer nur Schiff, ich hab immer Space R. Komisch. Trotzdem geht's nicht. Echt? Das ist schlecht. Oh. Das ist so viel schneiden. Das ist ganz ehrlich. Ich hab ein bisschen Hass auf die Helena hier. Ja. Haben wir's überfahren? Ja, hier ist er. Da ist er. Ja, da ist ja. Ich hab ihn nicht... Ich hab ihn nicht. Ich hab ihn nicht. Ich hab ihn nicht. Du denkst, ich hab ihn nicht. Andere Seite. Bei uns. Shoot the drums. Shoot the drums? Kann nicht. Ich musste nachladen. Alter. Stand eh noch. Oh, rasant! Oh, ich hab schon wieder verkackt. Bevor ich aufstehe, kann ich nicht rein. Hä? Ich hab's zerlegt. Bevor bei mir das Ding überhaupt kam. Ja, vor allen Dingen. Ich bin aufgestanden, bin gleich wieder hoch und dann war die immer noch da. Also dann kam das nächste. Ja, cool. Der Leder. Was ist das, wenn man da auch nie ausweichen kann, oder was? Man kann einfach den Schaden eindrücken. Kann nur einsteigen. Nee. Lass die alles überleben. Die sind den ganzen Tag nur am rumfliegen. Dass dann, wenn da irgendwas bricht. Die hört den Kopf aus. Debra! Ich hab mir ins Gesicht geschossen. Debra! Du hast Marvin ins Gesicht geschossen. Ich bin nur verdammt in den Hubbel gefahren. Ich bin nur verdammt in den Hubbel gefahren. Gelid. Ich stürze ich jetzt die Ahnung mir runter. Ja. Okay. Ich muss auch noch festhalten. Ich schuld mir noch 5 Euro. Das ist wirklich wie so ein... Power-Metal-Lied. Power-Metal-Lied. Ja, ne? Das ist wirklich wie so ein... No more Tears. Ich will deine Todes. Vergiss mich. Nein! Nein! Es gibt viele Fische und mehr. Für jeden. Hier zum Beispiel Ada. Die hat ja glaube ich schon. Ja. Die Haare von ihr wehen genauso wie meine. Schwiss. Was? Quatsch. Es wird okay sein. Schau mich an mich. Schau mich an mich. Es wird okay sein. Es wird okay sein. Schau dich an mich. Ich werde dich raus raus. Debra. Und Debra schau mich an mich. Wir werden das durchgehen. Das ist Sue. Nein, lass sie gehen! Was ist her? Sue, Mann. Ah, Sue da. Nein, meine Schwester. Bitte. Bitte. Ich werde alles tun. Bitte. 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 Nein! Nein! Es kommt so ein bisschen Story rein, aber noch nicht für das Gesamtbild. Aber cool. Schöner Anfang. Also, die Story. Nach fünf Stunden. Ach, Gene Simmons Firestarter war das hier. Zombie-Starter, Alter. Erstmal. Anruf. Erstmal. Ich habe irgendwie der Empfang. Wir sind gegen die Menschen, die wirklich dieses Land fahren. Wir haben gerade einfach nur die Möppen im Bild. Bestimmt andere Anbieter hier. Andere Providere. Auf jeden Fall nicht Base. Die hätte bestimmt auch Empfang in unserer Küche. Hä? Ich weiß es nicht. Die ist jetzt großartig. Die schwingt jetzt rüber zu Bioshock Infinite. Leon, wo bist du? Simmons da. Dr. Gadget ist da. Vonnegan, du musst dich vorsichtig sein. Ich denke, er ist derjenige, der alles hat. Ich denke, er ist derjenige, der alles hat. Dr. Gadget. Simmons. Simmons. Erstmal dreimal ein Kopfschild. Boah, das ist die schöne Haarein. Alter, waren wir gut. Rank A, Mann. Wir sind nie gestorben. Boah. Krass. Cool. Na, da können wir einen Schnitt machen. Tschüss. Tschüss.